so weiter geht's heute mit der scott syndicate in der letzten folge haben wir da den vertrag geholt und seine familie gesichert gerettet oder wie auch immer bewahrt für irgendwas so wir haben wieder neue wir haben wieder ein bisschen was neue links fähigkeiten das nehmen wir mal mit auf jeden fall messermeister 2 nehmen wir mit und wir fehlen uns hier noch drei fähigkeitspunkte bis level 7 so wir gucken mal was wir jetzt als nächstes schaffen da wäre das zugversteck aber ich habe bestimmt noch irgendwo eine mission offen hier oben wäre noch eine da brauchen wir 5 dann nehmen wir die mal mit wir sind ja level 6 und wenn wir denn die drei erfahrungspunkte haben dann sind wir schon level 7 mit unser guten mit sehr komponente wie sehr geil so gucken wir mal da unten ist als nächstes die nächste aufgabe aha also gut das kriegen wir schon hier haben wir uns auch schon aber glaube ich auch schon mal ja gut zwischen das sind wir mal überall irgendwo gewesen naja mal schauen was uns hier heute erwartet die ist vor der vor dem ding ist das ach eine kiste versteckte so mal gucken was hier drin ist stockdeutsche goldener auch ein goldener löwe wir können ja mal gucken aber ein bisschen was wir da ein bisschen haben ein inventar wir haben ja schon ach Gott ja bleibe ich doch immer wo wir hier rumkleben äh fähigkeiten nein fähigkeiten wollen wir nicht äh ich brauche inventar ich muss mal gucken was wir so haben wir gucken mal durch haben wir noch irgendwas haben wir sind jetzt level 6 wie gesagt naja wirklich tun wird das jetzt nichts naja wirklich tun wird das jetzt nichts wir können sie mal ausrüsten was machen wir ach ja wir haben wir können wir verbessern sie einfach goldener löwe stockdeutsch aber haben wir doch irgendwas was jetzt hier ist noch was schönes dann tun wir das mal herstellen äh feuer ah feuerhopal leck ich doch immer ja erstmal hier das hier herstellen und ausrüsten schwarze lederhandschuhe dann haben wir zumindest ein bisschen mehr kraft von nochmal bei der guten evi schwarze lederhandschuhe mal nochmal nehmen wir die äh die 38er double action haben wir den auch drin dann haben wir ein bisschen mehr nochmal ein bisschen mehr kraft an den warte mal ich guck mal gerade ein bisschen mehr kraft auf der waffe wie ich denn hergestellt 3000 würde nämlich kosten scheiße ja man ist benötigen level 9 ja dann werden wir als nächstes den mantel des volkes herstellen und die farben sind eh unwichtig gut dann müssen wir warten bis wir 3000 haben dann werden wir als nächstes das ding des volkes herstellen aber wir haben auf jeden fall schon mal ein bisschen was wieder dazu gewonnen an äh an 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 kraft so wie gesagt die nächste mission steht auf jeden fall jetzt ans haus und das wird auf jeden fall sein eine frage der identität heißt sie na dann let's go die letzte mission für unsere aufnahme session und dann haben wir echt gut was getan also wir haben angefangen mit miss plump und dann alles in einem rutsch haben wir ihn gekriegt bisher sehr gut durchgefunden der wütet weiter ich nehme eine bitte schön ich sage wir hören auf mit diesem wohlfahrts nonsense für fremdlinge und konzentrieren uns auf das was london wirklich braucht eine stabile führung deren harte arbeit alle zum erfolg führen wird wie es den größen der wirtschaft ergeht ergeht es der ganzen welt der macht sich so sehr wie ziemlich beliebt auf jeden fall zumindest bei mir oh nein die besten wachen die man für geld bekommen kann werden müsste auch nicht helfen den hole ich mir keine polizisten töten ernsthaft so was soll ich jetzt machen da hinten alle ziehen müssen wir leben diese erinnerung abzuschließen na super die welt gefangen nehmen auch ernsthaft es wird jetzt wieder witzig das witzige ist dass ich jetzt erstmal die ganzen polizisten niederschlagen muss um die die aufgabe zu schließen na schauen wir mal geht doch mal da weg gehen wir weg ja gut klar ja gut das ist das ist das ist weil die sind die jetzt übelst aufgebracht aber wichtig dass wir haben momentan keiner kein ding getötet ich habe keine auf ich habe keinen politischen gilt ich habe sie nur allen hier gibt es in der einen hat sich gesehen das ist das problem so jetzt muss ich gucken dass ich den tippen der kriege verschwindet von mir jetzt kann ich nicht hupen hau da mal ab jetzt mach doch mal langsamer mein freund macht doch und ich habe ihre so viel kilometer meter 70 meter noch ein stück noch nicht mehr weil er bei dem verkehr haben wir schon was zu machen der freundin hinter mir ist natürlich wieder einer aber diese nähe jetzt auch richtig 140 meter noch gerade um ich dich da vorne ist er auf geht's wer ist ein gutes pferdchen du bist das auf geht's da jetzt bin wir dran an dem jungen ich habe ihn schon gesehen ich muss sich natürlich jetzt gefangen kann ich nämlich aufs dach springen das war die frage sich hatten wir noch weiter so ist Was hab ich denn getötet? Och ernsthaft Ernsthaft, den Typen hab ich denn jetzt nicht getötet? Du hast mich gerade, ich darf jetzt alles nochmal neu machen Ich hab ja noch nichts gemacht von ihm Ich hab ja noch nichts gemacht von ihm So, die Frage ist, hab ich jetzt natürlich das für ein Gute? Ich versuche einfach mal, jetzt den anderen Weg zu gehen Was hab ich denn gesagt? Ja, es ist eh egal, weil es nicht tut. Okay, jetzt theoretisch würde es gehen, man muss halt nur irgendwie gucken, dass man die Dings freikriegt. Die Copsa wegkriegt, also Polizei wegkriegt, so rum ist es richtig. Also wenn ich sie nicht töte, ich darf sie nicht töten, das ist das Problem, meine Scheiße. Ich habe noch nie mal was getan. Ich habe alles für den täglichen Bedarf. War überhaupt doch nicht in diesem scheiß Haufen stehen. Äh, betäuben. Du sollst den Typen betäuben und nicht da drauf gehen, ey. Der stand doch nur rum. Tut mir leid, ich muss sie doch töten. Nein, aber natürlich die Gegner, sie hat kein Problem, aber das ist das Problem, meine Sache jetzt gewesen. Na gut, okay. Aber es war vielleicht gar nicht mal so blöd, die Lungs da eins zu schicken, weil die natürlich jetzt erstmal... Weil die natürlich jetzt erstmal ein bisschen Aufruhr gemacht haben. Die haben uns gar nicht wirklich wahrgenommen, die Polizei, das ist das Gute. Und der Typ, der stand auch nur rum, also. Naja, können wir schon umgehen. Nein, alles gut. Also, noch einmal. Gibt es Neuigkeiten? Ich helfe dir aus, hierher zu dir aus, ich komme. Ja, ich helfe uns zwei Da. Das war ein bisschen lauf. Ja. ich habe sie sich jetzt erst mal was war das bitte Geh doch mal weg! Ich will doch hier noch eins zurecht! Geh weg! Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das! Come on! Benötig mir den Düpen! Ist egal gerade! Abzug! Mann! Ja, ist egal! Geh weg! Ich kann nicht mal drüber springen auf den! Geh weg! Nein! Du fahrst schon drauf! Du fahrst schon drauf! Und ich bring's doch noch runter! Geh mal weg jetzt! Das war ich nicht! Oh Mann! Oh Mann! Ich hatte den Typen doch! Ey! Das kann doch nicht sein! Jetzt ist der tot! Weil der irgendwer im Wendem rein wird! Ich fahr doch drauf und du springst doch runter! Geil! Du fahrst um drauf! Du fahrst um drauf ey! Ah! Merger mich das gerade! Du warst doch schon oben auf dem... Auf dem... Auf dem... Auf dem Wagen! Dann springt der mir noch runter! Es ist... Es ist... Es ist... Es ist so... Es ist so... Es ist so... Wir sind... Ich bin nicht wahr. Ich bin nicht wahr. Ich bin nicht wahr. Ich habe ihn im Visier! So, jetzt muss ich den Team wieder auftippen, äh, wieder aufspüren. Mach langsam! So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier wieder herkomme. So, jetzt muss ich mal gucken. 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 Weg, 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 weg. Er springt mir hinter die, gut hier, die nächste, die einfach dahinter ist. Ich stelle den Team noch an. Geh mal weg! So, jetzt muss ich mal gucken. 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 Geh weg. Mein Freund. Kommen wir an jetzt. Ja, ich habe das Gebiet. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hallo, Zug. Hat der nicht irgendwie mal ein Ziel oder so? Oder wo wir den mal triggern können, wo wir den mal ein bisschen anhalten können? Das ist mal gar egal, das war. Du gehst. Ach, geh mir nicht auf die Nüsse, mein Freund. Komm jetzt her. Ich schau, dass man da mal auf die Kutsche springt. Nein, man muss ja immer 5 Kilometer auf die Dings springen. Du kommst doch noch oben, oder was? Ich bleib hier noch ein bisschen liege, der ist doch scheiße egal. Ich bleib hier noch ein bisschen in meiner Liege liegen und chill mich doch ein bisschen. Während der Kollege da vorne sich verpisst, man. Komm jetzt her hier. Nein. Oh Mann, wieso kommt der immer wieder raus? Ich hab den immer in der Ecke drin gehabt. Und der kommt da, chillt, dann kommt er wieder raus. Ich will den haben jetzt endlich mal. Geh mir nicht auf der Nüsse mit deinen scheiß Verfolgungsjagden. Das ist nicht wahr. Das ist noch nicht wahr. Ey, der fährt mit voller Wucht auf den scheiß Bus und der sagt dann... Amtshaft, ey. Wieso kriege ich den Typen nicht, ey? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich den nicht kriege. Der schafft das immer wieder einfach, ey. Der schafft das, den kommen, die stehen, der steht voll in der Ecke drin und kommt dann wieder vorne raus, weiß, und wird dann... Fährt dann, oh, ich muss da mal kurz. Gut, jetzt zu versuchen, wenn wir es das nicht haben. Gut, jetzt zu versuchen, wenn wir es das nicht haben. Gut, jetzt zu versuchen, wenn wir es das nicht haben. Gut, jetzt zu versuchen, wenn wir es das nicht haben. Gut, jetzt zu versuchen, wenn wir es das nicht haben. So, ich mache jetzt mal keine Aufmerksamkeit hier. Wir probieren es heute mit der nächsten Folge nochmal.